guten tag meine sehr verehrten damen und herren es freut mich mit ihnen in slowenien kontakt zu haben ich war häufig in slowenien vom parlament geladen von nicht regierungsorganisationen geladen um klimaschutz erneuerbare energien auch in slowenien auf den weg zu bringen es ist ein wunderbares land ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt eine herrliche natur und viele liebe leute ich bedanke mich für die einladung zu dieser konferenz bei care for climate und dem umweltministerium in slowenien und wünsche dass sie einen guten weg finden auch mit dieser aktivität den starken ausbau der erneuerbaren energien voranzubringen um klimaschutz saubere luft saubere umwelt auf den weg zu schaffen sie sehen hier dass wir auf der erde einen globalen mit klimanotstand haben und der kern der botschaft ist dass 100 prozent erneuerbare energien die wichtigste maßnahme ist um klimaschutz und versorgungssicherheit zu leisten leider ist das noch nicht überall in der welt angekommen aber in manchen teilen sehr wohl und deswegen sollten wir darüber reden insgesamt wie stark wir die den ausbau der erneuerbaren energien befördern können um damit eben auch eine bessere umwelt und versorgungssicherheit zu bekommen wir alle starren in diesen tagen sehr erschreckt auf die steigenden energiepreise und sie sind auch in deutschland sehr stark emporgeschossen hier für steinkohle beispielsweise in eine preis steigerung von 50 auf 200 euro in diesem jahr die erdgas importpreise sind gestiegen die erdöl weltpreise steigen massiv in den diskussionen der öffentlichen hand höre ich häufig da wäre der ausbau erneuerbare energien schuld das ist völlig absurd denn sie haben ja gar keinen einfluss auf die rohöl preise auf die kohle preise und andere sondern es ist die verknappung und erneuerbare energien sind die entscheidende lösung um aus diesen preis steigerungen herauszukommen denn erneuerbare energien haben keine brennstoffkosten die sonnenstrahlen kommen umsonst zu uns der wind kommt umsonst da gibt es keine preis steigerung wir müssen nur die techniken hinstellen und dann haben wir verlässliche energiepreise über jahrzehnte dies ist der unterschied zum fossilen system dennoch arbeiten aber viele in dieser welt auf regierungsebene und anderswo die energiepreis steigerung dadurch aufzufangen dass sie innerhalb der fossilen rohstoffe erdöl erdgas und kohle und auch der atomaren rohstoffe nun preissenkungen herbei bekommen und doch wieder weitermachen mit der nutzung der fossilen rohstoffe das ist aber fatal denn das führt uns genau in die erderwärmung noch tiefer hinein die uns heute schon große probleme bereitet heute sehen wir ja schon furchtbare wetter extreme wir haben sie in deutschland erlebt in diesem sommer ein in einem einzigen stark regen fall haben wir 30 milliarden euro schaden und auch in slowenien gab es stark reden gibt es hitzeperioden die stark und unter belastung bringen und anderes und das ist alles heute bei 1,2 grad celsius schon und weltweit ich erinnere nur an die drei millionen menschen die in madagaskar direkt vor dem hungertod stehen weil es eine dreijährige dürre gibt die es sonst noch nie dort gegeben hat wir haben schon furchtbare verhältnisse und die weltgemeinschaft arbeitet deswegen gerade auch aktuell in glasgow wieder am klimaschutz und findet kaum einen weg dazu die emissionen haben sich immer mehr gesteigert seitdem wir in paris die klimakonferenz hatten und wir sehen dass die temperatursteigerung auf dieser welt in einer rasanz geschwindigkeit nach oben geht und damit müssen wir konstatieren dass alles was heute bis heute organisiert wurde auf der welt nicht zum klimaschutz geführt hat und die aussichten sind sehr düster das untere pariser ziel möglichst bei 1,5 grad celsius die welterwärmung schon zu stoppen dieses ziel werden wir im jahr 2030 wohl schon überschritten hatten die weltmeteorologische organisation in genf hat das dargestellt auch die nasa in den usa und was wird bei 1,5 grad celsius los sein wenn wir heute sehen was bei 1,2 grad celsius welterwärmung schon da ist wir müssen also in hoher geschwindigkeit die emissionen stoppen nicht nur reduzieren das hilft nicht mehr weiter denn jede reduzierte emission erhöht die konzentration von klimagasen in der atmosphäre wir müssen zu einem vollkommenen stopp kommen und möglichst viel kohlenstoff der atmosphäre entziehen beides sind die entscheidenden strategien und nicht die scheinlösungen die uns von denjenigen häufig propagiert werden die die verursacher der klimaveränderungen und der großen zerstörungen auf dieser erde sind solche scheinlösungen können nicht beitragen ganz oben an bei den scheinlösungen steht die atomkraft auch jetzt in slowenien wieder diskutiert ich kann ihnen nur raten und wer das gleich noch mal zeigen das ist ein irrweg der nur zu unglaublichen kosten führt und zu keiner lösung führt erdgas wird häufig genannt aber erdgas zusammen mit blauer wasserstoff der ja aus dem erdgas reformiert wird ist keine lösung denn wir haben im erdgas sektor in der vorkette an den bohrlöchern und in den lecken pipeline so viel methan emissionen dass die nutzung von erdgas genauso schädlich ist klimaschädlich ist wie die nutzung von kohle und saubere kohle das gibt es nicht auch wenn es häufig behauptet wird jede kohle ist schmutzig und ich bedauere sehr dass slowenien in den letzten vor einigen jahren das kohlekraftwerk doch gebaut hat ich habe häufig die regierung gewarnt davor und sie sehen jetzt die effekte sehr schmutzige kohle hohe emissionen und vor allem sehr sehr hohe kosten die immer weiter steigen eine staatshaushalt belastung die unnötig gewesen wäre mit erneuerbaren energien könnten sie das alles vielleicht haben eine nukleare renaissance wird häufig auch in slowenien diskutiert sie gibt es nicht wirklich auf der welt und wenn wir uns in europa umschauen wo die einzelnen wenigen neuen kraftwerksbauten sind in finland sie haben den baustart 2005 begonnen es liefert heute noch keinen strom aber die kosten sind um fünf milliarden über den geplanten kosten hochgestiegen und in flammern will in flankreich dasselbe bild baustadt 2007 auch heute noch keine stromlieferungen die atomkraft ist eine unendliche geschichte mit ankündigungen mit vielen versprechungen aber nichts können sie halten sie sind viel zu teuer und können nicht verlässlich strom liefern deswegen mein rat an slowenien gehen sie aus den planungen der atomenergie raus es wird ihnen keine energiesicherheit liefern können wie wir den klimaschutz tatsächlich aber organisieren ohne diese scheinlösungen ist ganz klar wir müssen die konzentration von klimagasen in der atmosphäre reduzieren und das schaffen wir mit zwei säulen erstens es dürfen keine emissionen mehr in die atmosphäre entlassen werden und so etwas können wir tatsächlich schaffen in etwa bis zum jahre 2030 wenn wir große anstrengungen unternehmen und wir müssen in allen sektoren die emissionen reduzieren der emis der energiesektor ist der größte er schafft 60 prozent aller klimagas emissionen in der atmosphäre deswegen ist 100 prozent erneuerbare energien der kern und des klimaschutzes daneben ist es aber auch wichtig eine biologische landwirtschaft zu organisieren auch hier gibt es vorreiter staaten wie beispielsweise der indische bundesstaat sikkim er hat schon auf allen feldern in sikkim 100 prozent biolandwirtschaft vollständig verwirklicht eine tolle erfolgsgeschichte die zeigt dass man es auch überall machen kann wir brauchen großflächige aufforstung grünlandbeweitung und eine kohlenstoff senkende landwirtschaft die genau mit der biolandwirtschaft geschaffen werden kann und auch eine kreislaufwirtschaft ist wichtig dass wir nicht diese müllmengen weiter produzieren die auch hohe emissionen über die müllverbrennung verursachen all das muss in den blick genommen werden und 100 prozent erneuerbare sind der kern der des klimaschutzes wir sehen dass das keine abstruse idee ist auf der welt haben schon 61 länder 100 prozent erneuerbare energien in den blick genommen wir haben sogar zehn länder auf der erde die faktisch im stromsektor schon 100 prozent erneuerbar sind allen voran costa rica als leuchtendes beispiel wir haben tausende städte die dieses ziel haben große und kleine städte und selbst große konzerne unternehmen in der welt haben dieses ziel und die karte links ist eine deutschland karte wo aufgezeigt wird welche gebiets körperschaften landkreise und kommunen bereits diesen beschluss gefasst haben ich möchte slowenien nur auffordern und empfehlen diesen beispielen zu folgen das ist der weg in wohlstand versorgungssicherheit klimaschutz und saubere luft und dass man das machen kann selbst in einer großen industrienation wie deutschland haben wir mit der energy watch group vor kurzem auf den weg gezeigt wir haben im frühjahr eine studie veröffentlicht die aufzeigt wie denn der pfad zu einem 100 prozent voll versorgten deutschland nur mit erneuerbaren energien und zwar in allen energiesektoren den strom die heizungen den verkehr und auch die industrieproduktion schafft und wir zeigen auf dass das auch möglich ist zu jeder stunde des jahres also in zeiten wo wenig wind weht und wo wenig sonnenstrahlen da sind können wir es dennoch mit einem mix aus erneuerbaren energien mit speichern und anderen machen und das erstaunliche ist wenn wir das bis 2030 machen werden wir ein kostengünstigeres energiesystem haben als heute es ist der weg technologisch und ökonomisch ist das machbar es fehlt nur der politische wille in vielen ländern es umzusetzen deutschland war eigentlich vorreiter auf diesem pfad mit dem erneuerbaren energien gesetzt im jahre 2000 verabschiedet wir haben eine exponentielle wachstumskurve hingebracht das was man aus der computertechnologie kennt und aus vielen anderen technologien in zehn jahreszeiträumen haben sie meistens die wälde erobert doch dann kamen die interessen der fossilen und atomaren wirtschaft in deutschland unter frau merkel zum tragen und ab 2012 wurden die gesetze so verändert dass der ausbau der erneuerbaren energien massiv gedrosselt wurde sieben gigawatt neuausbau ist gefallen auf ein gigawatt im jahr 2014 eine schlimme geschichte denn dadurch hat deutschland seine klimaschutzziele nicht mehr einhalten können und der entscheidende hintergrund wie man gesetze verändert ist vor allem die umscheibung die von der festen einspeisevergütung die der garant war dass viele millionen menschen teilhaben können an dem ausbau erneuerbare energien hin zu ausschreibungen ausschreibungen ist das system das a den ausbau der erneuerbaren energien massiv reduziert und zweitens die vielen millionen menschen nicht mehr teilhaben lassen es kommen fast nur noch große finanzstrukturen zum zug große unternehmen die wollen meistens aber nicht weil sie den bestandschutz ihrer fossilen und atomaren stromerzeugung im blick haben und somit ist es ganz wichtig zu gucken wie macht man denn die gesetze und da ist eine empfehlung kommen sie zurück zur festen einspeisevergütung auch in slowenien sie werden wunderbare effekte sehen wie beispielsweise hier in vietnam vietnam hat im jahr 2019 bis schluss gefasst auf eine feste einspeisevergütung zurückzukommen und nur für die photovoltaik dachanlagen gab es einen unglaublich schnellen ausbau von 378 megawatt im jahr 2019 gestiegen auf 9583 megawatt fast schier undenkbar dennoch es ist realität und es zeigt auch wenn der politische wille da ist die richtigen gesetze zu machen geht das sehr schnell und trotz des niedergangs des jährlichen ausbaus der erneuerbaren energien in deutschland haben wir dennoch in deutschland viel mehr erreicht als jemals irgendwo prognostiziert wurde unter der regierung von frau merkel wurde für im jahre 2010 ein ziel von 30 prozent ökostrom für 2020 festgelegt wir haben 50 prozent erreicht was glauben sie wo wir wären wenn wir diese drosselungen nicht gehabt hätten im jetzten jahrzehnt deutschland stünde bei 100 prozent ökostrom und wir hätten keine probleme mit den emissionen wir wären durch und wir hätten keine probleme mit steigenden erdgaspreisen die unsere strompreise verteuern und steigende kohlepreisen die unseren strompreis verteuert es wäre einfach gewesen wir hätten es machen können aber wir sollten es wenigstens im nächsten jahrzehnt richtig tun und das können wir tun und wir werden die erfolge dabei auch ernten die vor allem wenn wir den vielen millionen menschen die chancen geben die erneuerbaren energien auszubauen ein wunderbares beispiel dort wo es die menschen in die hand genommen haben ist der landkreis rhein-hunsrück in deutschland er war noch in den 90er jahren eines der armen häuser in deutschland mit hoher arbeitslosigkeit die menschen sind abgewandert in die großen städte nach frankfurt oder mainz und haben vor ort nichts mehr gefunden die region blutete aus und dann haben die leute gesagt wir müssen die chance nach vorne suchen und sie haben in windräder investiert und viel in photovoltaik investiert sie haben den nahwerbe auf erneuerbare energien umgestellt sie bauen heute ladesäulen für die elektromobilität und vieles mehr und sie haben ein richtiges wirtschaftswunder erlebt von hoher verschuldung der kommunen und der städte und des landkreises sind sie heute fast schuldenfrei die jungen leute kommen zurück sie haben viel arbeit es ist eine richtige wohlstandsgeschichte und das haben die erneuerbaren energien gemacht deswegen mein rat schaffen sie genossenschaften schaffen sie energiegemeinschaften dann schaffen sie auch eine gute klimaschutz und wohlstands energieversorgung in slowenien und das wird leichter als damals als sie vor zehn jahren im rhein-hund-rück begonnen haben da war der erneuerbaren energien noch teuer heute dank des ihres und der weltweiten entwicklung sind die erneuerbaren energien die billigste art der stromerzeugung geworden wir sehen hier die windkraft heute irgendwo bei 60 euro die megawattstunde die solarkraft mit freiflächenanlagen bei 30 euro nuklearenergie erdgas steinkohle liegen um 100 euro die megawattstunde es macht keinen sinn mehr in die fossilen und atomaren zu investieren weil wir viel billigere energie aus erneuerbaren energien haben und dann höre ich aber häufig ja die solarstrom und windstrom erzeugung mag vielleicht billiger sein aber wir brauchen doch verlässliche stromerzeugung die speicher wären so teuer nein auch das stimmt nicht mehr wir haben mit der energy watch group vor kurzem noch mal genau angeschaut wie sind denn systemkosten in der entwicklung und das ist die grüne linie systemkosten heißt eine vollversorgung mit 100 prozent erneuerbaren energien und das sind die kosten in den letzten jahren seit 2010 massiv gesunken durch die sinkenden solarkosten durch die sinkenden windkosten sinkende bioenergie wasserkraft kosten aber auch sinkende speicherkosten sinkende kosten für die wärmepumpen statt ölheizungen sinkende kosten für die elektromobilität statt die verbrennungsmotor autos und all das hat sich ausgewirkt und mit den steigenden erdöl erdgas kohle preisen stehen wir heute am punkt der neubau von 100 prozent verlässlichen erneuerbaren energien investitionen ist heute billiger als der neubau von einem kohlekraftwerk atomkraftwerk oder erdgaskraftwerk und in fünf sechs sieben jahren wird es sogar so sein dass erneuerbare energien billiger sind als bestandskraftwerke wir werden sehen wie sie massenhaft in der welt abgeschaltet werden weil es sich für die betreiber ökonomisch nicht mehr rentiert und dafür gibt es schon ein beispiel in den usa ist die kohlestromerzeugung in den letzten jahr im freien fall ja am anfang so ab 2008 bis 2015 etwa war es der fracking boom der viel schaden verursacht hat klimaschaden mit methanemissionen und anderen aber der ist auch vorbei wird in den usa kaum mehr gebaut seit etwa 2015 gibt es eine rasanz der entwicklung das ist sonne wind plus batterien bauen und die großen energieversorgungsunternehmen die chefs sagen wir schalten kohlekraftwerke ab wir schalten atomkraftwerke ab sie sind zu teuer sonne wind plus batterien bringen uns verlässlicherer und billiger die energie die unsere kunden brauchen das wird überall kommen in der welt wer lange am alten festhält wird noch viele schulden anhäufen die er nie mehr zurückzahlen kann und wird dann irgendwann doch auf die billigen erneuerbaren energien kommen und damit klimaschutz machen und wir haben noch eine diskussion in dieser welt diese diskussion ist auch stark mit dem naturschutz zusammengebunden was haben wir für diskussionen mit naturschützern darüber dass windräder angeblich die vogelarten gefährden würden dies ist nicht der fall hier das beispiel aus deutschland mit dem ausbau der windkraft ist die population eines der damals gefährdeten vogelarten der rotmilan gestiegen und es ist sogar eine erfolgsgeschichte im letzten jahr hat die europäische naturschutzbehörde den rotmilan aus der liste der gefährdeten arten entlassen und ähnliches gilt für den uru für den seeadler und weitere vogel windkraft ist keine vogelschredder maschine windkraft ist über den klimaschutz ein beitrag zum artenschutz denn die emissionen aus den fossilen anwendungen heizen das erbklima auf und dadurch werden die arten auf der welt massiv dezidiert alleine durch die waldbrände letztes jahr in australien sind viele arten für immer von der erde verschwunden die erderwärmung ist die biodiversitätszerstörung nicht der ausbau erneuerbare energien erträgt dazu bei und das gilt nicht nur für die windkraft wir können auch die solar energie ausbauen mit wunderbaren elementen die zusammenpassen hier beispielsweise ein landwirt rechts in italien der macht schon seit vielen jahren gute erträge unter den photovoltaik modulen und das sagt ich wundere mich dass meine nachbarn das immer noch nicht gemacht haben eigentlich sehen die doch dass ich bessere erträge auf meinem acker unter den modulen habe einfach deswegen weil in unserer trockenen gegend die module schatten machen und damit die restfeuchte im boden besser halten und dadurch habe ich ertragssicherheit oder im linken bild sehen wir einen großen landwirt der mit diesen gänzen und das kann man auch mit hühnern machen und mit anderen tieren eine saubere art gerechte tierhaltung macht mit den hühnern in dieser art kann man bio eier erzeugen und die hühner sind glücklich und der landwirt sagt ich brauche aber schatten im sommer ich muss sie schützen und das mache ich mit der photovoltaik er hat doppelten nutzen aber wissen sie wo ich das bild aufgenommen habe in china in europa ist das noch kaum ausbauend aber meine empfehlung ist gehen sie diese wege nutzen sie ihre ackerflächen doppelt wenn wir ein prozent der welt agrarflächen mit photovoltaik legen können wir den gesamten weltenergie bedarf nur damit mal schaffen das ist nicht das ziel aber es zeigt auf wie hoch das potenzial ist und deswegen wir können die photovoltaik in der freifläche auch mit der biodiversität verbinden hier bei solchen anlagen gibt es so viele blühpflanzen die wir sonst nicht mehr finden dann kommen die insekten zurück die bienen und die schmetterlinge die kleinsäuger die vögel unmengen nestern findet man unter diesen streben in den streben dieser photovoltaikanlagen es ist ein beitrag zur biodiversität und auch die biogasanlagen können wir entsprechend machen nicht mehr meist monokulturen nein sie sind nicht gut geeignet um biodiversität auf die felder zu bringen aber mit dem blühpflanzen acker rechts wo wir sehen selbst im september finden die insekten und bienen noch eine nahrung und das sind blühpflanzen für die biogasanlage hohe biodiversität in die biogasanlage bringt uns strom und wärme dann in den zeiten im winter wo die sonnenstrahlen schwach sind eine wunderbare ergänzung zu dem konzert der erneuerbaren und auch die wasserkraft hier wird oft natürlich gesagt oh die wasserkraft würde in den turbinen und die fische zerstückeln und damit die biodiversität stören es gibt neue technologien wie diese wasserschnecke die ist so konzipiert dass alle lebewesen fische alle und andere durch die turbinen hindurch wandern können und kommen unversehrt unten raus gerade slowenien hat noch ein gutes ausbaupotenzial für die wasserkraft nehmen sie diese art der technologien dann schützen sie gleichzeitig die biodiversität sie schaffen die durchgängigkeit der flüsse die von der europäischen wasserrahmen richtlinie gefordert ist und sie können damit co2 freie stromerzeugung schaffen gehen sie mit der kombination in die gesamtversorgung konzepte hinein schauen sie dass sie einen mix in ihren häusern in ihren öffentlichen liegenschaften in den krankenhäusern in den schulen und überall ein mix aus 100 prozent erneuerbare energien investieren dass sie das mit batterien und anderen speichern mit wärmespeichern ausgleichen dass sie die anwendungen schaffen dann mit wärmepumpen statt mit ölheizungen oder erdgas heizungen mit der elektromobilität alles verbinden dann bekommen sie ein gesamtversorgung sicherheitssystem das von unten nach oben richtig durchsteht und sie kriegen in allen sektoren dann tatsächlich eine neue entwicklung beispielsweise auch im verkehrssektor und da zeige ich ihnen etwas überraschendes wir alle stehen mit schrecken vor der pandemie wir wissen aber auch dass die pandemie besonders dort viele opfer fordert wo schon lungenkranke sind und die luftverschmutzung schafft extrem viele lungenkranke die dann vom corona virus manchmal sogar getötet werden die amerikanischen lungenärzte empfehlen deshalb stellen sie um auf elektromobilität machen sie gesundheitsschutz mit 100 prozent erneuerbare energien schalten sie die kohlekraftwerke ab diese hohe luftverschmutzung machen das ist der wichtigste beitrag für die gesunderhaltung und auch der pandemiebekämpfung man rettet tausende menschenleben mit einer verkehrswende die null emissionen macht mit dem elektroauto dem elektrobus mit öffentlichen personennahverkehr der aber auch emissionsfrei organisiert werden muss wir haben die möglichkeiten wir müssen sie ergreifen und können sie auf jeden fall auf den weg bringen entscheidend ist dass wir dann auch die politik dazu ordnen und das ist meine empfehlung an slowenien an die regierung dass sie diese art der gesetze formulieren erstens nehmen sie den klimaschutz in die verfassung wir haben das in deutschland das bundesverfassungsgericht hat geurteilt dass der fehlende klimaschutz in deutschland verfassungswidrig ist wir machen gesetze für einspeiseregelungen ausschreibungen können sie für große investitionen haben aber unter 40 megawatt einzelinvestitionen in erneuerbare energien kommen sie zurück zur festen einspeisevergütung und machen sie eine neue einspeisevergütung eine solche die den einspeisern die versorgung sicher verlässlich jede stunde des jahres einspeisen nicht nur wenn die sonne scheint oder der wind weht sondern über die batterie inzwischen gespeichert geben sie diesem eine einspeisevergütung der sorgt dann dafür mit dass die netze gleich den ausgleich bekommen dass der schwankungs ausgleich organisiert wird und das können sie mit einer kombi kraftwerksvergütung schaffen sie ist noch nirgends in der welt verwirklicht aber sie könnten vorreiter sein und würden dazu schnell etwas machen wir haben auf der homepage der energy watch group ein eckpunktepapier stehen wie man das umsetzen kann ganz wichtig ist die beendigung der subventionen für fossile und atomare rohstoffe schaffen sie steuerbefreiung für erneuerbare energien und nicht für fossile verschmutzer eine schmutzsteuer nicht nur eine co2 für co2 für methan für radioaktivität für luftschadstoffe und anderes sollten sie einführen ganz entscheidend ist eine forschungsoffensive an ihren universitäten und eine bildungsoffensive an allen schulen in der öffentlichkeitsbildung mit aufklärungskampagnen der regierung für die vorteile der erneuerbaren energien stellen sie die gesamtheitliche gesundheitspolitik in den mittelpunkt so wie es die amerikanischen lungenärzte fordern und machen sie eine beendigung aller widerstände im genehmigungsverfahren es kann doch nicht sein dass man für ein atomkraftwerk schneller eine genehmigung bekommt als für ein windrad das ist absurd was da in manchen gegenden der welt auf den weg gebracht ist und verabschieden sie sich von untauglichen unterstützungen der emissionshandel hat keine wirkung bisher erzeugt quoten und zertifikatssysteme wirken nicht konzentrieren sie sich auf die vorschläge wie sie hier grund unterlegt sind wenn sie das tun werden sie in slowenien sehr sehr schnell kostengünstige energie bekommen für alle sie werden saubere luft bekommen sauberes wasser sie werden die biodiversität erhöhen und sie werden vor allem ihren geldbeutel schützen vor steigenden erdöl erdgas kohle und uran preisen sie können gerne noch näheres bei der energy watch group nachfragen und wir würden auch gerne mit der regierung in kontakt kommen wenn sie es wünscht einen plan wie deutschland zu haben mit 100 prozent erneuerbaren energien wir können das auch für slowenien machen und dann hätten sie einen solchen plan wie sie das bis 2030 hinbekommen und diese großen aufgaben schultern viel erfolg für ihre aktivitäten und die konferenz